Grüßt euch! So, das wäre jetzt Nummer 3 schon von der Aufnahmesession, oder? Ja, Nummer 3, genau. So, was war's? Sonnblumenöl und Olivenöl. Hat sich irgendwas geändert. Oh, runter. Das ist nicht gut. 4,20 Euro. Eieiei. 4,20 Euro. Nicht gut. Gehst du, geht das wenigstens hoch? Geht hoch. Ach, bleibt so. Gut. So, hatte ich jetzt schon Bestellung gemacht? Nein, oder? Nein, aber noch nicht. Gut. Klubbier brauchen wir ein bisschen mehr, glaube ich. Wie passen hier noch drauf? 21. In der Lage. Gut. Drei Stück. So, fangen wir hier an. Das, das, das. Das, das, das. Oh, Kaffee ist aber auch richtig zurückgegangen. So, Eier. Das haben wir. Tee. Hier ist noch. Spaghetti. Das. Das haben wir noch. Da noch einmal. Hier einmal. Da einmal. Da einmal. Da noch. Das. Das haben wir noch. Das hier. So. Kann man einmal nehmen. Da kann man einmal nehmen. Da kann man einmal nehmen. Hier nehmen wir einmal. Das sind doch nur drei, oder? Ne, doch nicht. Das sind doch nur zwei. So. Hatten ja auch gefehlt, ne? Mhm. Aber in Gott und mehr brauchen wir nicht. So. So. Und jetzt eine Lage. Sind. Zwei Kartons. Mit leider noch einem dritten, ja. So. Sumat. Gut. Darf ich einmal. So. Mit den kleinen, ja. Sind überall dritten. Gut. 1.360. Reicht locker. Das reicht locker. Verwaltung. Zens. So. So. Jetzt haben wir. Ich nehme jetzt erstmal von jedem Zwecke. Gucken, wo wir beim Preis landen. Was ist denn? Wo sind die hier bei? 1.942. Mhm. Oh. 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 Das wird wohl nicht mehr reichen, oder? 78 Euro. Oh, schlub, wir haben Glück. Schlub, wir haben Glück. Ja, wir haben Glück. Aber 17,98 Euro, schau mal noch. Ah, hat er einmal freigeklappt. Eieiei. So, erstmal das Regal her. Das stellen wir hier hin. Oh, das war zu viel, müssen wir mal alles wieder. Das ist gut. So, in Ordnung. 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 So. Hast du hier? Ist weg. Okay, das muss man stehen lassen. Das ist die inne. Hm. Ich weiß. Wie ist das? Wie ist das denn? Sind denn die ganzen... Sind das alles kleine Kästen, die in ein Produkt oder was? Hier haben wir was. Bommes drin. So, Reis könnt ihr. Ich habe ihn hier nicht aufgefüllt. Ich weiß es nicht. Den Zucker. So, Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah, warte mal, einmal den Käse hier rausnehmen. Daran habe ich nie gedacht. Dass die Eier ja vielleicht übereinander kommen sollen. So. Gut. Halt, Preise müssen wir noch machen. Eier, stimmt. So, nicht aufmachen. Immer jetzt die Preise noch machen. Die Kiste sind mal weg. Die Preise. So, der, oh, 5,50 Euro, 5,60 Euro, 5,70 Euro. Dann noch Mozzarella. 5,20 Euro. Jetzt reicht 5,40 Euro. Was ist das? Thunfisch. Oh. 7,40 Euro. 7,60 Euro. Die Kläden Eier noch. Es gibt auch nie viel. Na gut, es ist bloß. Simples vier Stück drin. 2,20 Euro. 2,20 Euro. 2,20 Euro. 3,40 Euro. Ui. Da gibt es aber ordentlich was. 11,20 Euro. 11,20 Euro. 11,40 Euro. 11,40 Euro. So. Gut. Jetzt können wir aufmachen. So. Wunderbar. Jetzt haben wir jetzt eigentlich ein Regal noch frei. Regale haben wir noch. 1,2,3,4,5 was hätten wir noch. 5 Regalplätze hättest du noch. No? Wir gucken mal. Kühlschrank. Oh. Hier geht es mit dem Frost los. Hier geht es mit dem Frost los. Oh. Kartoffeln. Pizza, Pommes, Hähnchen. Die drei sind Frost. Ah ne. Ich habe die Kapazität. Könnte man ja. Da ich nenne ich zwei Frost. Butter ist Kühlschrank. Wegen eben was muss ich mir mit dem Kühlschrank kaufen. Das ist für was du so noch dazu brauchst wo du es rein kriegst in eine scheiß Lizenz. Ich brauche eine Palette. Ich brauche mindestens zwei Froste. Und n Gühlschrank. Zum Glück habe ich ja noch Platz im Regal. Na ja. Na gut. Da sind noch nur noch ein Nachtsch. Wie. Ja stimmt ja. Das war ja das teure. Ja geht ja eh noch nie alles. Nö. 23. Das sind immer bald. Können wir uns die drei öhlen. Ah du brauchst noch was Geld dazu. Ja was waren es? 14.000 ne? 14.700 glaube ich. Irgendwie sowas oder 13.700. Was ist mit dem Kaffee los? Ist der ne Meise? Ist der so billig heute? Nö. So wie immer. Guck mal den. Wie sauer heute. Genau gehst du zum Kaffee ne? Wenn du das richtig sagst. Genau. Das habe ich den angesehen. Das Brauni ist zu mir zu säuer. Wer hat das gesagt? Du? Da ist niemand anderes drin also kann das bloß der gewesen sein. 10. Und 3. Ja. Siehst du? Ja kauft sie. Und leid zwei stücke oder drei stücke davon. Hm. Das ist ungefähr der Platz den ich auch für die Truhen brauche. Also. Hm. Dann siehst du schon mal. Du musst mindestens. Du musst auf jeden Fall die ersten Ricole wegnehmen. Ja. Die müssen auf jeden Fall weg. Ne geht's. Dazu. Oh ne. Wurde gehen. Wurde noch gehen. Müsste nur passen. Müsste umräumen mal. Schurt gerne mal umbauen langsam. Das mal so machen wie ich es eigentlich auch haben will. Und vielleicht mal das langsam anfangen mit dem. Hier dann. Zumindest. Du willst dir so ein kleines schmales Rigor reinmachen. Ja. Ja. Hier an der Stirnseite auch was ist. Weil so. Sieht das. Einfach. nicht schön aus. Mhm. Okay. Oh. Wir haben schon einen tausend Rottelau wieder. Wunderbar. Sieht es denn aus hier. Ich würde mich hier umgehen. Ja. Ich krieg meine. Mein ähnliches lieber wirklich. Geschleiß. So. Habe ich bloß ein. Schauen Sie mal. Sieht es denn eigentlich mal in den neuen Zeug aus. Haben wir da ein bisschen was auf Labe eigentlich. Cool. In jedem in die Küste. Auch in jedem in die Küste. Das ist gut. In Ordnung. Dann ist er gut. Die Eier werden gekauft. Wie Sau. Ach ne. Das sind die Kleinen. Die sind die Größen. Kleinen sind die oben. Das Dreieger gekauft. Naja okay. Schon nach 16 Uhr. Das ist unglaublich. Warum läufst du eigentlich hier hinten lang? Kannst du nie vorne lang laufen? Meine Güte. Ist ja schlimm mit dem. Was willst du? Was hast du? Was ist hier zu teuer? Spinnt wohl. Ich glaube ja heute wird es nicht gekauft. Nein. Irgendwie wird es heute nicht gekauft. Haben sie genug? Ich glaube wir alle daheim. Naja. Wir brauchen bald mal eine zweite Kasse. Kann ich auch wieder mal an die Kasse. Kann ich auch wieder mal an die Kasse. Kann ich auch wieder mal an die Kasse. Dann muss ich gleich mal überprüfen. Sippsch. Passt. Unglaublich. Naja ich würde gar nicht zwei Kassen nebeneinander gleich machen. Erstmal. Da muss ich mehr wegnehmen. Hm. Muss ich mehr wegnehmen. Theoretisch müsste. hier noch einen Gang. Müsste ich dann mal zum Feierabend testen. Naja. So. Das ist. So leg ich gerade. Ne stimmt das ist die äußere. Die müsste. Müsste. Müsste man da mal. Können wir da mal kurz rein. Mal kurz hinsetzen. Mal gucken wie es aussieht. Ich stehe hier rum. Ich mache überhaupt nicht. Äh wozu habe ich ne Mitarbeiter? Naja. Ist ja schon wieder neuner. Na gut. Dann fangen wir mal. Ich fang. Mach den Kühlschrank. Sachen. Wir fangen mit den Kühlschrank an. Gut. Die vier Eier. So. Sind die Taste. Ja. So. Die anderen. Ah ja. Sind sie denn jetzt wieder? Na hier. Ich guck genau drauf. So. Die Milch. Oh. Das sind die letzten. Oh. Eieiei. Ja gar nicht mehr viel. Aber es hat noch gereicht. Und jetzt ist sogar noch was drin. Bestimmt nicht mehr viel. Zwei. Also jetzt hab ich nicht geguckt. Ähm. Wasser. Ja. Wasser. So. Alles. Okay. Guck doch mal was du brauchst. So. Cola. Alle beide Sorten. So. Da ist einer. ja. Die. Die hat Stück heute. Die. Will ich jetzt. Diese sind schon wieder. Gabst du hier? So, Apfelsürfung und Apfelsürfung. Der Käse. Oh, ich brauch nicht gekauft davon oder so viel. Dass sie schon wieder aufgefüllt ist. Zarela. Pommes an. Oh Gott. So, das ist voll. Machen wir gleich noch das Klöberbier. Irgendwie in Einseln ist einer. Stimmt nicht. Da ist ein paar Vierer drin. Egal. Du willst. Muss voll sein. So. Die zwei Ölsorten. Ne. Irgendwann ist voll. Achso. Irgendwann ist voll. Okay. Dann. Lassen du jetzt. Ah. Hier ist das Olivenöl, was ich immer übersehe. Was ich nie sehe. Diesmal sehe ich es. Steinlich. So. Kit-Kat ist voll. Das ist voll. Dann haben wir mal das Salz. Eis. Eis ist voll. Muddeln sind voll. Spaghetti brauchen wir noch. Zweig. Ne. Brauchen wir nicht mehr. Tee. Brauchen wir auch noch. So. Voll 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 voll. Voll 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 voll. Wie sieht es denn aus? Immer Honig. Lass mich nicht mehr. Ich bin bereit. Lass mich jetzt. Die vierte. Nämlich. Nein. Ich muss jetzt machen. Ich werde nicht die, die zwei. Ich habe ihr das. Ich weiß nicht, was die gehen eigentlich, wo die, wo die, warte mal. Also, die Kekse, geh mal den Weg, du läufst mir zu langsam. Jetzt, glaube ich, auch leer, ne? Gucken. Mit dem Puderzucker ist. Ich glaube, der war leer. Oder leer? Ja, der ist leer. Oh. Okay. Okay. Dasも. Genau. So, muss es gewesen sein. Ja. So, jetzt will ich das mal testen mit der Kasse hier. Gib mir mal deine Kasse. Die soll ja so rum hin. Oh ja, die muss hier komplett dran. Damit wir hier einen Gang haben. Die muss hier komplett dran. Okay. Okay. Der Kürze oder? Hast du ein Mann freisier. Aber mehr Platz hier. Ich komme hier noch überall ran. Genau. Naja, okay. Also, die Ene Kasse muss genau hier an die Rückseite dran. Naja. Okay. Gut. Naja, dann ist das ja. Gut, werden wir noch schnell bestellen. Gleich haben wir, muss ich sagen. Es dürfte heute nicht so viel sein, aber die neuen Sachen. Das. Das. Ui. Das ging ganz schön. Da haben wir noch. Das war's. Das ist eine gute Reihe. Das ist wirklich nicht viel diesmal. Was ist das andere hier? Was fehlt denn jetzt hier? Ich habe es nicht aus Versehen rausgemacht. Warte, muss ich nachgucken. Müssen wir mal schnell nachgucken. Das war... Boah, ich habe es nicht rausgemacht. Gucken, was du dir bestellt hast. Mozzarella haben wir. Puderzucker haben wir. Parmesan, Eier. Der Honig. Der Honig. Wir sind jetzt Ötlenikisten. Wir sind in Ordnung. Dann müssten wir eigentlich alles haben. Gut. Oh, wir sind ja schon bei 33 Minuten. Mensch, tun wir den Talk hier noch abschließen. Kann man hier. 4 wird zu teuer. Ja, okay. Das Wetter heißt in 1,078, ist in Ordnung. Weiter muss Kasten 950. Sie hat 950. Achso, ja, das ändert egal. Stimmt. 750 ist das Regal. Genau. Oh. Verlust von 807 Euro. Also Profit. Ja. Bestellkosten 2000 Euro. Und dann die Erwaltungskosten. Eieieieiei. Okay, nicht schlimm. Milch, 6er Pack, Weizenmehl. Alles hoch. Warte mal, das machen wir noch schnell. Jetzt vergesse ich es uns gleich. Milch, Weizenmehl. Euro 10, 20, 30. Das vielleicht auch. Milch und Weizenmehl. Äh, Milch und 6er Pack, Eier. 6er? Irgendwie. Irgendwie, Eier und Leibisch. Und dabei. Nein, Eier und Leibisch. Nein, Eier und Leibisch. Milch und 6er. Das bestimmt. Ja. 12 Euro 10, 20, 30. Das wurden da das dritte jetzt aber. Wir sind immer in den Bankenbünen. Wir sind immer in den Bankenbünen. Ach, die normale Milch noch. Die normale Milch noch. Und, Milch noch. Die normalen Milch. Pakete noch. 3, 20, 3, 30, 3, 40. So, haben wir das schon mal gemacht. In Ordnung. Ich würde sagen, wäre das Video zuerst am Beenden. Und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao.